Und damit einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 59.200 US-Dollar. Wir haben in der Spitze unser Preisziel von gestern erst einmal erreicht. Wir sind auf knapp 59.800 US-Dollar gekommen. Das war gestern so unser Zielbereich. Wir hatten gestern Feiertag in den USA bzw. waren die Märkte einfach geschlossen. Deswegen könnten wir jetzt nicht mit den großen Bewegungen, sage ich jetzt mal, hier rechnen. Heute wird er nochmal deutlich interessanter werden. Und möglicherweise war das jetzt gestern schon so diese erste Vorstufe von einem kleinen Fake-Move, bevor wir weiter abverkauft werden. Aber das werden wir uns das alles im heutigen Video nochmal angucken. Wir werden auf jeden Fall auf die laufenden Trades gucken. Wir werden gucken, was wir heute im Endeffekt noch in oder ob wir in neue Trades reingehen können. All das besprechen wir im heutigen Update-Video. Deswegen bleibt auf jeden Fall schon mal bis zum Ende dran. Und bevor wir starten, gerne den Video ein Like da lassen. Gerne den Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Auch die Glocke aktivieren. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die kostenlose Telegram, Talk und Signalgruppe rein. Dort erfahrt ihr immer alles, wenn es irgendwas Neues Wichtiges gibt. Wenn wir in irgendwelche Trades reingehen, wenn es neue Videos gibt etc. PP. Link dazu kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr all das traden könnt, was wir hier besprechen bzw. auch Spotkäufe tätigen könnt, dann kann ich euch nur eine Partnerbörse BingX empfehlen. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. So. Ich muss ein bisschen schnell durchmachen, weil ich heute echt absolut im Stress bin. Deswegen schnell durchziehen. Also wie gesagt, Bitcoin momentan bei 59.200 US-Dollar. Wir haben ja gestern darüber noch gesprochen, dass wir im 1-Stunden-Timefilm und im 4-Stunden-Timefilm eben unsere Bullish-Divergence hatten. Zu Wochenbeginn, wo ich ja auch davon ausgegangen bin, dass wir erst einmal einen kleinen Pump sehen. Genauso ist es eingetroffen. Ziel oder Mindestpreisziel waren hier die 59.800 US-Dollar. Das haben wir jetzt erst einmal nach oben hin erreicht. Beziehungsweise im Laufe des Tages kann ich mir trotzdem nochmal so einen kleineren Pump vorstellen. Wir haben im 1-Stunden-Timefilm schon noch ein bisschen Luft. Hier eine Möglichkeit, dass wir eine Barish-Divergence dann im Laufe des Tages reinkriegen. Und vor allem, weil wir jetzt hier einen größeren WIG haben, der schon abverkauft wurde in Höhe von 600-700 Dollar. Wäre ganz gut, wenn wir diesen WIG auch nochmal füllen sollten. Aus dem haben wir die Ineffizienz nach oben hin auch noch nicht gefüllt. Und die geht so bis 60.100 US-Dollar. Also es könnte heute zu Börsenbeginn, sag ich mal, in den USA nochmal ein bisschen mehr Bewegung reinkommen. Auch wenn wir uns das auf dem 4-Stunden-Timefilm angucken, sehen wir, okay, wir haben hier noch... Ups, Wecker. Entschuldigung. Wir haben hier noch einen WIG nach oben hin, plus halt eben diesen, wo wir jetzt erst einmal gebildet haben. Gleichzeitig habe ich es auch gestern schon dazu gesagt. Größte Batzen an Liquidität liegt eigentlich hier oben bei 62.000 US-Dollar rum. Ich glaube trotzdem irgendwie nicht, dass wir diesen Preisbereich hier noch erreichen werden. Auch wenn wir unten noch sehr, sehr viel Luft im RSI haben, im 4-Stunden-Timefilm. Also könnte noch ein interessanter Morgen, beziehungsweise ein interessanter Tag werden. Beziehungsweise die ganze Woche ist eigentlich interessant, weil ich ja davon ausgehe, eigentlich, dass wir nochmal einen größeren Abverkauf sehen. Wir haben aber diese Woche, glaube ich, noch Arbeitslosenzahlen, wenn ich mich täusche, am Freitag. Also spannende Woche auf jeden Fall. Voraus trade-technisch würde ich derzeit einfach gar nichts machen. Sollte jemand long gewesen sein, kann er sich hier oben den Spaß machen, mit einer halben Positionsgröße dann auf jeden Fall hier oben den Short einzugehen. Ansonsten würde ich hier einfach momentan die Finger davon lassen. Wie gesagt, USA hatten zu. Das heißt, da wird heute nochmal deutlich mehr Bewegung wahrscheinlich im Laufe des Tages dann folgen. Sollten wir denn hier oben durchkommen, sage ich mal, durch die Ineffizienz mit einem 4-Stunden-Close, dann wäre nächster, sage ich mal, Preisbereich, der interessant werden könnte, hier oben die 61.100 und dann mit einem kleinen Rücksetzer auf jeden Fall zu rechnen. Aber ich traue dem ganzen Braten hier, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich. Ansonsten, wie gesagt, Bullish Divergence ausgespielt. Bearish Divergence müssen wir dann auf einen 1-Stunden-Timefilm eben nochmal gucken, ob dies sich dann auch im Laufe des Tages ausspielt. Dann wäre aber, ich mache das mal ganz kurz ein bisschen rüber, einfach so verständlichkeitshalber vom Weg für den laufenden Tag dann heute, dass wir hier vielleicht nochmal kurz runtergehen, 58.6, dann eben hier dieses Doppeltop hier nochmal bilden, auch mit dem Wix hier holen, die Ineffizienz füllen, dann Bearish Divergence und dann Abverkauf. Das ist momentan so ein bisschen mein Wunschszenario. Sollten irgendwelche bearischen News kommen oder wir sehen in den USA, dass der Markt doch stärker abverkauft werden sollte oder könnte, dann wäre nochmal die Möglichkeit für ein Short, vielleicht werde ich das doch mal an alle rausgeben, aber momentan bleibe ich hier erst einmal Seitenlinie. Ethereum, gleiches Spiel circa. Wir sind auch hier nach oben hingestiegen, natürlich auch, weil wir hier eine Bullish Divergence hatten, die natürlich dann ausgespielt hat. Wir haben die Ineffizienz nach oben hin hier auf den Dollar genau gefüllt, also der Unterschied zu Bitcoin schon ein bisschen da. Bitcoin hat die Ineffizienz noch offen, Ethereum noch geschlossen gestern. Wir sind dann auch hier abgeprallt worden an diesen Widerstandsbereich. Also Ethereum momentan noch ein bisschen schwerer zu traden. Wunschszenario bleibt aber weiterhin eher ehrlich gesagt, dass wir runtergehen ins Golden Pocket, dann erst die Liquidität nach oben hin holen und dann nochmal tiefer abverkaufen in Richtung 2000 US-Dollar. Also hier überhaupt keine Änderung, wo ich jetzt sagen würde, okay, wir ändern jetzt erst einmal den Fahrplan. Besser wäre es meiner Meinung nach gestern gewesen, hier den doppelten Boden zu kriegen, damit wir dann oben die Liquidität abgrasen können und dann eben diesen größeren Abverkauf früher oder später sehen werden. Ja, ansonsten Altcoin-Markt absolut uninteressant. Egal was wir angucken, Matic, Chainlink, alles absolute Seitwärtsphase. Also auch hier weiterhin keine Altcoin-Season. Wer akkumulieren will, sollte bitte auf die Zonen achten, ansonsten jetzt blind in irgendwelche Altcoins reingehen und hoffen, dass nächste Woche eine Preisexplosion kommt. Fatal. Wir sind in manchen Kaufzonen, wollte ich nur nochmal andeuten. Guckt euch die Altcoin-Videos an und fertig. Aber jetzt nicht hier massenhaft Altcoins kaufen. Ja, Gold warte ich auch noch auf unseren Entry. Ich habe ja gestern dazu gesagt, dass wir hier unten dann, wenn dann nochmal einen Long starten könnten bei 2480 US-Dollar. Es hat sich auch hier gestern wenig getan. Wie gesagt, USA-Märkte hatten zu. Deswegen müssen wir auch hier mit wenig Bewegung erst einmal klarkommen. Auch das könnte sich heute ändern. Und Stop-Loss-technisch müssen wir dann aber hier auf jeden Fall unter 2466 US-Dollar gehen. Würde dann ein Risk bedeuten, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, hier von ungefähr 0,76% für einen potenziellen Long-Entry. Ist absolut human. Was wir dann nur gucken müssen, ist diese Preisbewegung dann impulsiv. Wenn wir ins Golden Pocket gehen, das heißt keine Limit-Orders gehen, sollte diese Preisbewegung so leicht nach unten hingehen. Das heißt, ich zeichne euch das mal ganz kurz ein, dass wir hier langsam, aber sicher so nach unten hingehen. Dann hier ein bisschen konsolidieren. Dann können wir über eine Long nachdenken. Sollte es, wie gesagt, impulsiv einfach so schlagartig nach unten gehen, dann gehe ich eher davon aus, dass wir sogar erst hier unten dann bei ungefähr 2470 US-Dollar Long gehen. Grundsätzlich wäre das sogar die bessere Option. Hat einfach damit zu tun, weil wir eben auch bei Gold hier unten noch so eine kleine Ineffizienz haben, was den Markt dann eben hier runter noch spülen könnte. Also es kommt dann wirklich ganz klar auf die Preisbewegung an, ob die jetzt impulsiv nach unten hin ist oder eher so ein bisschen korrektiv. Je nachdem ändert sich dann auch auf jeden Fall unser Trade bzw. auch unser Stop-Loss. Ja, last but not least bzw. nicht last but not least, aber DAX auch hier. Short-Position, ich bin jetzt erst einmal drin, habe aber zwei Optionen. Heißt, ich bin schon mal drin, habe aber noch einen zweiten Entry dann bei 19.100 US-Dollar, weil dadurch, dass die USA gestern zu hatten und sollte da sich heute nochmal irgendetwas Positives sehen, also sollte da irgendwas nochmal positiv aufkommen, ist es möglich, dass wir auch hier nochmal so einen kleinen Pump sehen. Wir haben zwar hier schon, muss man ehrlicherweise sagen, die Bearish Divergence, aber es ist gut möglich, dass sich die eben nochmal aufstaut, dass wir hier nochmal ein bisschen höher gehen, diese Hochs hier abgreifen und dann erst möglicherweise einen Abverkauf sehen. Das heißt, ich bin hier schon mal short. Den Rest, wie gesagt, habe ich noch nicht geshortet. Das werden wir dann heute im Laufe des Tages dann nochmal ein bisschen näher genauer beobachten. SPX bei den Futures, hatten wir jetzt auch schon mal die Divergenz Bearish gestern im laufenden Chart. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an, seht ihr natürlich hier noch nicht wirklich. Also es kann sich hier jetzt noch im Laufe des Tages was tun. Nochmal so ein kleiner Push nach oben und möglicherweise dann der Abverkauf. Aber DAX bin ich schon mal auf jeden Fall short. S&P 500 wird wahrscheinlich folgen. Und jetzt aber last but not least Euro gegenüber dem US-Dollar. Der läuft weiterhin perfekt, aber dritter Take-Profit ist erst hier unten bei 1.10.1. Ansonsten hat sich wenig getan. Wenn irgendwas ist, werde ich euch auf jeden Fall auf der Laufenden halten. In der Telegram-Gruppe kommt da gerne rein. Ja, ansonsten Video, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivern, damit ihr benachrichtigt werdet. User-ID unten in die Kommentare schreiben, damit ihr immer beim Binklicks-Gewinn-Spiel mitmachen könnt jede Woche. Und ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ich bin heute ein bisschen im Stress. Kann sein, dass ich ab und zu mal ein paar Stunden nicht erreichbar bin. Aber gut, muss auch mal sein. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Crypt.